ist er tot? er ist tot noch er ist tot ich will so gefälligst wenn ich auf dich schieße wo schießen denn die auf mich? was sollt ihr das hier auf mich schießen? einfach mal im spring schießen ist besonders gut für die genauigkeit von wo denn überhaupt? ich sehe die ja immer noch nicht mal wo hat denn der jetzt auf mich geschossen bitte? da oben steht auch keiner oder? ich sehe da keinen wird von nicht existenten gegnern erschossen was ist denn das für ein müll? was ist dies für ein scheiß wenn ich die gegner will ich das mal sehen würde bevor sie mich erschießen da oben steht keiner was laufest du da? ich sehe da keinen ich sehe nur die zwei typen in den türmen ist er tot? ist er jetzt tot? jetzt ist er tot ich habe kein geld mehr eine neue zu kaufen also muss die alte reichen leid nach, schneller, komm! wo oben steht da einer? da steht schon mal keiner steht doch keiner was willst du von mir? wo steht denn da angeblich einer? da ist doch keiner er schießt mir halt einfach nur einer aber da ist doch keiner was? 30, 40 Euro? was laberst du da? unter dem dreistelligen bereich kommst du da nicht raus kommst du nur bitte ein dass du da irgendwo so eine neue brille bekommst oder meinst du ohne gläser? ja gut ohne gläser ist natürlich billig 30, 40 Euro 30, 40 Euro schon jahrelang nicht mehr natürlich nicht hab ich wohl nur eingebildet das sehe naja ich bin erschossen von leuten die ich nicht sehe mag das spiel so schön unfair herr billig und sonja kannst du überhaupt nicht anpassen demnächst wo ist da einer? ich lauf rum und wird erschossen aber ich sehe nirgendwo einen da ist keiner hey hallo ja glaubst du da 40 Euro kommst du nicht mal für ein glas hin was laberst du da für ein unsinn? 40 Euro kosten die gläser doch schon bald mehr also 40 Euro pro glas meine ich jetzt es sei denn du kaufst diese ganz billigen gläser ja dann vielleicht nicht aber wir haben ja null biegung hm dann kann ich ja gleich keine brille kaufen weg geht schon so viel man ich bitte dich will doch auch qualität haben ich werde von irgendjemandem erschossen den ich nicht sehe ja geil soll ich eine mission lösen von dem wenn ich einen gegner nicht mal sehe ja ja natürlich ich bin sicher für 40 Euro bekommt man zwei gläser mit brille ja klar natürlich ups ist er tot na gut nehmen wir den Granatwerfer gut jetzt wird es auch wieder da wieso guten morgen hallo das Team anfangen schon vorbei was ist der Typ jetzt dann müsste doch noch einer sein wieso ist der nicht da wo er sonst immer ist das Spiel halte ich völlig an die Regeln ist er hin wo ist der Typ ja wo er sich kann nicht da weg laufen das Problem ist wenn ich da lang laufe kann ich mir den Typ da hinten aufhört mal da lang da ist der Typ man sieht man halt praktisch gar nicht wenn man nicht hier irgendwie lang läuft ach komm schon die Alarm schon rausgegangen oder kommen die einfach so ich glaube die sind einfach so gekommen ja das siehst du ja nicht wenn du da unten stehst ich werde spielen oh der Alarm ist aus wie wärmend der Alarm bleibt 10 Sekunden aktiviert ich kann mich ach komm schon ist da jetzt der Alarm ausgelöst ach komm du hast mir gesagt ja toll wenn ich den Typen nicht sehe weil er nicht so sehen ist dann hilft mir das auch nichts wenn du mir die ganze Zeit sagst dass da einer steht ach dieses scheiß Spiel könnte es bitte mal mein ach könnte es nicht einfach mal funktionieren dass ich nicht ständig mich drehen muss wie behindert damit ich wieder die Maus hab ach du hast ne scheiß gesehen ist einfach behauptet oder ist einer du hast eh keine Ahnung von dem Spiel du hast eh keine Ahnung von dem Spiel das bereite ich dich zu sagen dass ich so ein 20.000 mal gesagt habe dass mein Bildschirm dunkel ist ich würde sterben ich mag jetzt hier nicht rein dashini auch Gegner mit der Alarm los oats gehen oder ähh ja danke was soll ich machen Ah, ist das Spiel scheiße Ob du sofort kriegst du für 19 Euro nur ein Spiel Ist mir völlig egal Wenn du rotst, den du da immer vorschlägst Dann kann man sich ja nicht antun Bis jetzt sollte kann ich nicht schneller laufen Warum nicht rennen oder sowas Das was ich hier mache ist nicht rennen Ich muss mir so entspannt vor sich hingehen Was hat mich denn jetzt schon wieder Jungen, Jungen, Jungen Du kannst ein Spiel haben, aber keine zwei mehr Du schlägst halt immer nur Rotz vor Das ist unglaublich Kennst du nicht ein gutes Spiel? Kann das sein? Schlag doch einfach mal ein gutes Spiel vor Ja, wenn die nächste Festplatte kaputt geht Gibt es halt keine Let's Plays mehr Ende Gibt es nur noch Programmierung Keinen Platz für die Let's Plays Dann gibt es auch keine mehr Easy Besser so ein Rotz zu spielen Den du immer vorschlägst Das ist noch nie ein gutes Spiel vorgeschlagen Noch nie Das ist unglaublich Was? Das hat mir überhaupt nicht gefallen Das war richtig hart Scheiße Hallo Ja Condiment 2 Kenne ich nicht Was soll das sein? Na, MX kennt sowieso keine guten Spiele Der kennt nur schlechte, komm an die Conquer-Teile Das war nicht schlimm Wirklich schlimm Einfach mal ein gutes Spiel vorschlagen Wie Das geht nicht So Jetzt wird er gleich wieder erschossen Von Unbekannt Und hey, warum nicht? Einfach mal niederschießen lassen Von den Gegnern Die ich nicht sehe Komm schon wieder hoch Einlegen Liegen 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 Bleiben Wo ist Handgranaten, schön leise Ich habe den Schalter auf die Hand geraten Geschraubt Die sind Die sind doch nicht gut Arschen kann ich mich alleine Vor allem die sind zwei nicht Arschen kann ich mich schon alleine Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Muss ich da hin? Ne, ich muss auf die andere Seite Ne Ich muss genau gegenüber sein Ich kann mich genau erinnern Dass ich diesen zwei gespielt habe Und das war nicht gut Außerdem fühlte ich das direkt zu forsaken Und das war noch viel schlimmer Ne, scheiß Sicherheitssystem So Problem gelöst Jetzt muss ich nur noch alle töten Glaube, ne? Alter Glaube, ich muss nur noch alle töten Ich lasse mich doch runter, Maus Steigen sie den Zug Das ist doch auch ein Sicherheitstrakt Ich bin dort schwöre Worte, die ich nicht kenne Ich sehe einen Zug Manchmal töte die Sniper zum Glück instant Manchmal auch nicht Ich vermute, wo es Sicherheitsbereich ist, in die Richtung Jetzt kommen wieder die Ausreden Weißt du, ach, ich wollte ja nur das und nur das Und nur das So, erstmal Drogen reinballern Glock, als ob Das ist doch auch ein Sicherheitsbereich, oder? Ich nehme es mal stark an So, ich komme gleich dazu Und überfährt mich Nein, okay Sieht zumindest sehr sicher aus Da drin Dicke Betonwände Geht man das Gefühl der Sicherheit Oder auch nicht Nein, okay Nein, okay Dann halt nicht Wollte er eh nicht rein Ich wollte er eh nicht rein Ich muss doch da rein, oder? Dann komme ich auch da rein Kommt ein Alternativ auch da rein Nein, wenn das so ist Ich bin überhaupt reingegangen, was wirst du denn von mir? Einfach direkt rein Ja, geil Jetzt kommen noch hinten die Gegner schon angerannt Während ich hier die Leiter hochkletter Die Leiter hochkletter Die Leiter hochkletter Die Leiter hochkletter Und dann